Was ist die Arbeit der Lohnabschlüsse? Ich denke, es ist allgemein bekannt und allgemein verständlich, dass es nicht akzeptabel ist, dass genau jene Menschen, die in solchen Berufen beschäftigt sind, Jahr für Jahr abgespeist werden mit Löhnen, die sich unter der Inflationsrate bewegen, also mit Abschlüssen, die sich unter der Inflationsrate bewegen. Wir haben das drei Jahre mitgetragen, weil die Beschäftigten in diesen Berufen bekannt sind für Geduld, Verständnis, Toleranz. Nur nach drei Jahren ist Schluss und jetzt sagen alle, unisono, in allen Oberösterreichischen und Krankenhäusern, so nicht mehr. Wir werden kämpfen, bis wir mindestens den Inflationsabschluss, die Inflationsabgelterung bekommen. Das arbeitgeberseitige Angebot ist mit 1% oder maximal 20 Euro gedeckelt und wir behaupten, wenn die Inflationsrate 2,5% ist, dass dieses Minusgeschäft nicht auf den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen werden soll. Somit muss man jetzt ein Zeichen setzen, die Mitarbeiter sind so weit, dass sie sagen, es ist nicht in Ordnung und sie sind auch bereit, dafür die Arbeit niederzulegen und auf die Straße zu gehen. Ich glaube, der Arbeitgeber ist deutlich unter Druck gekommen und dann muss man sich anschauen, mit welchem Angebot das die Arbeitgeber jetzt kommen. Gerade euch steht es zu, dass ihr auch dementsprechende Lohnerhöhungen kriegt. Ihr habt es eh schon vier Jahre jetzt lang verzichten müssen und ich glaube, andere kriegen auch dementsprechend die Löhne erhöht, wie zum Beispiel auch die Ärzteschaft hat ihre Löhne erhöht gekriegt und gerade dem Pflegepersonal und gerade denen, die eh am wenigsten verdienen, die würde mir die Lohnerhöhung nicht zugestehen und ich glaube, wir unterstützen euch in voll und ganz in euren Forderungen und wie der Markus Sammer schon gesagt hat, hart bleiben, drauf bleiben, die, glaube ich, kennen unsere Hartnäckigkeit noch nicht. Es steht mir eigentlich das Doppelte und Dreifache zu, weil die Aufwertung der Pflegeberufe und der Arbeitsplätze hängen ja schon lange hinten nach und ich glaube, es muss jetzt ein Punkt gesetzt werden und gesagt werden, nicht mehr mit uns. Beschäftigte von anderen Krankenhäusern, Branchen und Gewerkschaften solidarisierten sich mit den Forderungen der Angestellten der Ordensspitäler. Ich bin der Gerhard Peschel, komme aus Krankenhaus Vögelbrück, bin dort Arbeiterbetriebsrat, natürlich auch von der FSG und ich hoffe, dass das Ganze für uns wohl miteinander einen guten Erfolg hat. Ja, mein Name ist Ernst Buchner, LK Steier, Arbeiterbetriebsratsvorsitzender und wir unterstützen euch natürlich auch und ich hoffe, dass wir Erfolg haben. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Mein Name ist Ronald Theis, ich bin von der Gesundheitsinformatik der GESPAC, also eigentlich ein IT-Techniker und dort aktiver Betriebsrat. Und wir finden es auch wichtig, dass Sie die Berufsgruppen untereinander unterstützen, also nicht nur als Dreihen für die Pflege, sondern wir sind eigentlich IT-Techniker. Und die setzen sich auch recht ein, wir sehen auch, dass in den Krankenhäusern die Pflege immer besonders eins ist, weil wir vor Ort arbeiten und im Endeffekt sollten wir alle solidarisch sein, über die Rechtsträger im Weg und auch über die Berufsgruppen im Weg. Ja, mein Name ist Ernst Buchner Gerald und ich bin wie mein Kollege in der IT-Angestellte in Baden-Jahre und wir wollen uns auch für ein Kohlendarm für die Einsetzung solidarisch sein. Wie groß muss denn die Verärgerung sein, wie groß muss der Frust sein und wie angefressen und beleidigt auch müssen denn die Beschäftigten in dem Haus sein, dass sie so eine Veranstaltung wie heute machen und das ist ein deutliches Warnzeichen. Es ist auch heute ein Warnstreik und ich sage, das heißt nicht, wie es der Gerhard schon gesagt hat, dass es nächste Woche nicht weitergeht, wenn nicht endlich vernünftig und wertschätzend verhandelt wird. Ja, hallo, grüß euch, ich bin der Martin, ich bin Krankenpfleger auf der operativen Intensivstation im AKH. Ich freue mich heute richtig, dass ich heute bei euch bin, weil ihr heute, glaube ich, den Schritt gemacht habt, der sehr mutig ist, dass ihr in einem Krankenhaus streikt und euch den Druck widersetzt habt, der überall aufgebaut wird, wenn man in einem Krankenhaus streikt. Wir haben das letztes Jahr auch selber mitgemacht. Wir hätten ja fast gestreikt, wenn ihr das mitkriegt habt. Und insofern bin ich auch vorher bei euch, weil ihr von dem Niveau, von dem wir sie, was halt meine Meinung ist, abspeisen lassen haben, dieses 1% erst losgeht und wirklich diese Inflationsabgeltung fordert. Und insofern wünsche ich euch wirklich viel Glück, sende ich die herzlichsten solidarischen Grüße vom AKH und werde das auf jeden Fall mit aller Kraft da in unser Haus weitergetragen, dass wir euch unterstützen, wo es geht. Diese Versammlungen, dieser Arbeitskampf ist niemals leicht. Uns haben sie gesagt, es gibt kein Geld. Uns haben sie gesagt, wir müssen Opfer bringen. Uns haben sie gesagt, minus 1%, das passt für euch. Das reicht aus, wir verdienen eh viel zu gut. Ja. Und wisst ihr was? Uns haben sie gesagt, es ist Gesetz. Es ist schon beschlossen. Was richtet ihr euch da auf? Die Sache ist gelaufen. Und ich kann euch sagen, das Geld wurde gefunden. Die Opfer waren nicht notwendig. Und es ist erst dann gelaufen, wenn 20.000 Bedienstete der Gemeinden und des Krankenhauses sagen, dass es aus ist. Erst dann ist es aus. Vorher ist es nicht da. Uns und vielleicht auch euch hat man erzählt, ein Krankenhaus kann man nicht bestreiten. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Und viele haben das geglaubt. Wieso? Es ist keine von uns eigentlich gern da. Wir sind nicht gern da und machen diese Schritte. Wir sind lieber bei unseren Patientinnen und Patienten. Aber wenn unsere Rechte mit Füßen getreten werden jeden Tag, dann sind wir da. Und wir werden auch da bleiben und ausharren, bis es Veränderungen gibt. Alles andere als verärgert zeigten sich die Patientinnen und Patienten an diesem Tag. Diese hatten vollstes Verständnis für die Forderung nach einer gerechten Entlohnung. Ein Patient streikt mit. Ein Patient streikt mit. Das ist erfreulich. Das ist erfreulich. Dankeschön für die Unterstützung. Vielen Dank. Abgesehen davon, dass ich sehr stolz bin auf euch, was ihr da tut, weil nur miteinander bringen wir was zusammen. Weil nur wir miteinander sind die Gewerkschaft. Und wenn wir die Gewerkschaft nicht sind, dann gibt es die Gewerkschaft nicht. Und das, was ihr da heute tut, das ist, ihr dreht für euch eure Rechte ein. Und nur so bringen wir was zusammen. Wenn ich gestern in die Medien in ihren Landeshauptmann her, ja, wir wollen ein Denztrecht für alle ein Gleiches, ja. Das ist eine Hinhaltetaktik, die ich sehr gut kenne aus anderen Bereichen. Jawohl. Wir wollen ein gemeinsames Denztrecht für alle. Das klingt ja so nach Gerechtigkeit. In Wirklichkeit wollen sie nach unten nivellieren, ja. Sie wollen für alle das Schlechtere, ja. Gemeinsam für alle das Schlechtere. Das geht so nicht, ja. Ich kenne das zum Beispiel ganz konkret aus dem Kindergartenbereich. Da ist die katholische Kirche, ja. Ist die einzige, der einzige Träger, der Kindergärten und Harte betreibt, wo nicht einmal der Mindestloontarif eingeholt wird. Und das ist, das ist ein kleines Geheimnis noch, aber euch kann ich sagen, das ist die nächste gräbere Baustelle, die auf uns zukommt. Ich darf noch nicht verraten, wann und was, aber da wird es jetzt in Zukunft schnolzen, ja. Und die Kindergärtnerinnen sind voll heiß. Wenn ich vom privaten Gesundheits- und Sozialbereich rede, dann wundere ich mich über das Finanzierungsdreieck, ja. Wir haben ja keine normale sozialpartnerschaftliche Auseinandersetzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern wir haben ja da nochmal ein Dreieck, nämlich der finanzielle öffentliche Hand. So, und die öffentliche Hand glaubt über, sie kann in der sozialpartnerschaftlichen Auseinandersetzung mitreden. Die haben da nichts zu melden, das geht ihnen nichts an, dann sollen sie uns alle öffentlich beschäftigen, dann können sie mitreden. Aber solange sie uns in private Träger auslogern, wo schlechter zahlen wie in der öffentlichen Hand, sollen sie in den Mund holen. Weißt du eigentlich, was der Unterschied ist zwischen euch, dem Landeshauptmann und dem lieben Gott? Na, auch nicht? Ich war mir auch nicht schlüssig, hab mir gesagt, der liebe Gott weiß, dass er nicht der Landeshauptmann ist. Wenn jetzt vielleicht noch einmal arbeitgeberseitig irgendwo eine Uhr aufgemacht wird, oder auch beim Herrn Lammeshauptmann, es schaut langsam so aus, als würde sich da ein Volksaufstand entwickeln und ein Flächenbrand. Freunde, ich würde euch empfehlen, möglichst rasch nicht nur an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sondern möglichst rasch auch wirklich ernsthafte und annehmbare Angebote zu präsentieren. Anschließend fand eine spontane Demonstration von den barmherzigen Schwestern zu den barmherzigen Brüdern statt. Für kurze Zeit wurde der umliegende Verkehr blockiert. Alle vor den Eingang, es ist ein unglaubliches Bild, das was man da jetzt eigentlich gar nicht in den Hut verpassen kann. Und auch wenn wir 2010, 11 und 12 gemeinsam bei den Lohnverhandlungen Rücksicht genommen haben auf die Arbeitgeberseite. Ich habe es schon erwähnt, der Reallohnverlust, der Beitrag für diese Häuser war enorm. Das heißt nicht, dass das jedes Kalenderjahr so weitergehen müsste. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir uns morgen noch Mieten leisten können, dass wir uns Strom leisten können, dass wir Lebensmittel kaufen können und dass wir den Benzin oder Diesel kaufen können, damit wir von oder zur Arbeit kommen. Und darum sind unsere Maßnahmen so wichtig. Es ist euer Verdienst, dass heute in diesen beiden Krankenhäusern oder in den anderen Krankenhäusern in Oberösterreich überall ein Notdienst installiert wurde, sodass die Patientinnen und Patienten durch unsere Wangenstreiks nicht zu Schaden kommen. An diesem anonymen 5. Stopp, der Gedecker-Pensdorf, sei die Botschaft dahingehend gerichtet. Sie sollen unsere heutigen Wangenstreiks als klares Signal erkennen, dass uns die Sache unseres eigenen Einkommens durch Reallohnverlust und durch dementsprechende Preiserhöhung in der Lebenserhaltung ein ganz, ganz ernstes Thema ist. Und wir werden nicht unter den Fraktionsraten vom Verhandlungstisch weggehen. Applaus Mir hat das wirklich beeindruckt, was jetzt da draußen angegangen ist. Und das war halt, würde ich sagen, semi-öffentlich. Und ich glaube schon, dass das ein Thema ist, was, haben wir eh schon öfter gehört, gesellschaftspolitisch ist und eigentlich auch weiter ausgekehrt auf die Landströße. Danke, danke für die Eltern. Wir zogen weiter zum Krankenhaus der Elisabethinen. Dort streikten die Beschäftigten ebenfalls und hielten eine Betriebsversammlung ab. Tretet ein, Sie haben eure Rechte, kämpft ihre Rechte. Es geht um eine faire Lohnerröhung, die alle, ihr alle, Hauptsache, das lieb. Und die ÖGB-Fraktion, die ÖGB, ist solidarisch. Und ich will auch herzlich bedanken, dass wir das Ziel alle da sind, dass sie alle da sind und somit ein gutes Stück dabei dazu beiträgt, dass es zu einer Gerechtigkeit kommt. Dankeschön. Wir machen heute diese Versammlung, diese Arbeitsniederlegung, zugleich nennen wir es auch schon Warnstreik, einfach deswegen, weil die sozialen Berufe hier in unserem Haus einfach nicht entsprechend abgekulten werden. Also nicht nur die sozialen Berufe ist eigentlich falsch, sondern alle Mitarbeiter hier im Haus, die einen wesentlichen Beitrag zur Gesundung der Patienten beitragen, werden einfach nicht adäquat abgekulten mit ihren Löhnen und Gehörtern. Wir haben jetzt schon das vierte Jahr in Folge einen Reallohnverlust und dieses vierte Jahr hat einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Und darum versuchen wir mit diesem Arbeitskampf, dieser Arbeitsniederlegung, einmal ein bisschen Druck zu erzeugen, um hier zu einem besseren Gehaltsabschluss zu kommen. Wir haben, wenn man es durchrechnet, verdienen wir eigentlich durch diesen Reallohnverlust mit dem vierten Jahr in Folge nicht mehr als vor 20 Jahren. Und das ist etwas, was einfach nicht mehr sein kann. Ich bin die Andrea Edmersberger, ich bin die berühmte Gesundheits- und Krankenschwester. Und ich finde es auf jeden Fall richtig, dass wir das machen, weil ich auf keinen Fall finde, dass das zu viel verlangt ist. Und ich finde es sehr gut, dass so viele Leute dabei sind. Und ich finde es extrem super von unserer Gewerkschaft und unserem Betriebsrat, dass sie uns da so unterstützen und dass sie das da überhaupt auf die Füße gestellt haben. Und ich bin auf jeden Fall mit allein dabei. Ich finde, dass wir schon auf jeden Fall mehr als ein Prozent verdient haben und grün sollen, weil es wird immer alles teurer. Alleine unsere Parkplätze sind teurer geworden. Und es ist eine anspruchsvolle Arbeit, wo sehr viel verlangt wird. Und die kann auch dementsprechend bezahlt werden. Okay, wärst du statt einer Lohnerhöhung mit einer Arbeitszeitverkürzung, wie das die Arbeitgeber vorgeschaut hat, zufrieden oder nicht? Ein bisschen Lohnerhöhung finde ich gehört trotzdem dazu. Und auf jeden Fall mehr als nur die 39,5 Stunden. Also so auf jeden Fall nur ein bisschen weniger. Weil eine halbe Stunde, das spürt man nicht. Oder dass zum Beispiel die Mittagspause auch bezahlt wird. Das war auch eine Möglichkeit, das will man auch haben. Auf der Versammlung wurde über Streiks in anderen oberösterreichischen Ordensspitälern berichtet. Das sind die sogenannten zwei Drittel, die tatsächlich bei der Versammlung waren. Und ich denke mal, das war eine Sensation. Und die haben tatsächlich den Notbetrieb durchgezogen. Also sehr wenig klein, aber fein. Und in bewährter Weise, wie Sie schon bewiesen haben vor ein paar Jahren, echte Kämpfernaturen. Guten Morgen, mein Name ist Manfred Solis. Ich bin der Geschäftsführer der Gewerkschaft Lieder. Und komme gerade aus Christkirchen. Bei dieser Protestversammlung, beziehungsweise ich war ja der Streik, den wir gehabt haben. Wir haben 150 Leute gehabt. Und das erste war beim Einigen, wir sind ein ganz stolzes Krankenhaus gewesen in Christkirchen. Wir haben nämlich einen eigenen Security-Dienst gehabt, den die Geschäftsführung für uns bestellt hat, damit wir unter Aufsicht sind. Das war unheimlich interessant. Es waren fünf Kollegen da, das Pech war es nur, die gehabt haben, die gehören nämlich auch zur Gewerkschaft wieder und werden auch von uns betreut. Dadurch haben wir also kein Problem gehabt. Es hat euch einen schönen Gruß ausrechnen. Wir hatten nämlich auch die Ehre, dass der Geschäftsführer kurz vorbeigeschaut hat. Ich habe dann kurz begonnen, anzudiskutieren über den christlichen Glauben, beziehungsweise die Solidargemeinschaft der Kirche. Ich wollte nämlich den Geschäftsführer animieren, dass er ein paar Worte sagt zu den Beschäftigten dort. Es war einem da ein bisschen zu viel, dann ist er anpasst. Aber was ganz interessant war, auf einmal sind lauter Patienten gekommen. Und die haben gesagt, was ist da los, weil wir waren im Foyer draußen. Da sind alle gesessen, dass keiner reinkommt. Und die haben gesagt, was da los ist. Jetzt haben wir es aufgeklärt. Und die haben spontan begonnen, eine Unterschriftenaktion als Solidaritätsgründen für die Beschäftigten zu sammeln unter den Patienten. Und da haben sie es geschafft, in einer halben Stunde 70 Unterschriften zu bringen. Wir haben eine Abstimmung gemacht. Ich habe sie mit dem Vorschlag, was die Geschäftsführer unterbreitet hat, also die vier Leberkasse, die sie uns angeboten haben, haben wir die auch nehmen sollen. Also der Beschluss war einstimmig, dieses abzulehnen. Und dann hat es dann unter den Beschäftigten über die Betriebssätze eine Solidaritätsaktion gegeben, weil wir die Leute zu einem Jasen eingeladen haben. Und wir haben also dort demonstriert, es hat nur eine trockene Semme und eine kleine kurze Wurst gegeben, ohne Beilagen, damit also die Leute wissen, was die 20 Euro in Wirklichkeit netto wert sind. Jedenfalls ein schöner Gruß von Christkirchen, dann auch von Ried, wieder ein paar andere Kollegen, es funktioniert genauso wie bei euch. Sie stehen an alle. Ein herziges Dankeschön und schöne Grüße aus Christkirchen. Der Unmut über die Arbeitgeber, welche lediglich eine 20 Euro Lohnerhöhung anbieten, war besonders groß. Ein Slogan der Gewerkschaft WIDA lautete, 20 Euro, kein Cent mehr, dann zeigt mal die Bilanzen her. Auf der Betriebsversammlung wurden weitere Solidaritätsbotschaften übermittelt. Das ist eine Kalenderhöhung. Und ich glaube nicht, dass es bei den Beschäftigten der Ordensspitäler und Beschäftigten irgendeiner karikativen Vereinigung insofern handelt. Das ist ja was, wie man so sagt, da will man ja jemanden mit karikativen Mitteln abspeisen, so kann es ja nichts sein. Ich kann euch nur mitgeben auf den Weg. Lasst euch das nicht gefallen, lasst nicht mit euch um einen Anspringen, lasst euch nicht auf der Nase herumtanzen. Der erste Kampf, wenn ihr sich nicht vermeiden lasst, wie ich es bereits gesagt habe, ist der Beste. Die Solidarität der Postbusbeschäftigten und natürlich eurer Kunden, das sind die Pensionisten, das sind die Besten, die es euch will. Die es euch natürlich von der Potsdam. In diesem Sinne, viel Erfolg in diesem Arbeitskampf. Es ist vor drei Monaten undenkbar gewesen. Wie kann es denn anders sagen? Es ist so unglaublich. Das ist sowas von genau die gemeinsame Arbeit, die man seit Jahren gewünschen hat. Das ist Gewerkschaftsarbeit, Kolleginnen und Kollegen. Genauso wie es sein muss. Wirklich gemeinsam an einen Strand ziehen. Nicht ein paar, die eh wissen, was gut ist für die anderen, sondern wirklich ganz unmittelbar beteiligen, ganz unmittelbar darauf eingehen, was wollen die Leute wirklich, was beschäftigt und wofür sind wir da und wofür haben wir einzutreten. Und genau das passiert im Moment in den Oberösterreichischen, nur in Krankenhäusern. Und das ist ein unendlich gutes Gefühl. Das ist keine Arbeit für mich. Das ist ein begeisterndes Mittun-Derfen, das unheimlich viel Energie gibt. Danke euch vielmals dafür. Die Betriebsräte sind zu uns gekommen auf die einzelnen Abteilungen und haben uns auch aufgeklärt über die Rechte. Es hat Betriebsversammlungen gegeben. Und wir haben sehr gut informiert worden darüber. Und sie haben auch deutlich gesagt, das ist von jedem die eigene Entscheidung, ob wir mitmachen oder nicht. Es kann uns keiner daran hindern. Es kann uns aber auch keiner zwingen, dass wir hingängen. Ja, das war ein Haufen Arbeit. Es waren viele Gespräche notwendig. Die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass es auch notwendig ist, dies zu tun. Wir sind ja alle den Patienten gegenüber sehr freundlich gestimmt. Und wir haben ein bisschen Angst, dann können wir das überhaupt machen. Und was passiert mit dem Patienten? Wir haben aber festgestellt, auch wir sind wichtig. Auch Krankenhaus-Mitarbeiter sind Menschen, die Geld brauchen. Und das war einfach jetzt an der Zeit, weil es einfach so lange nichts Gescheites passiert ist. Und es war dann letzten Endes gar nicht so schwierig, die Mitarbeiter auf unserer Seite, ich finde das falsch, ins Boot zu bekommen, hier einmal diesen Kampf zu beginnen. Wir haben natürlich die Gewerkschaft mit im Boot, die Gewerkschaft. Und da hat es in den einzelnen Häuser auch Streikleitungen gegeben. Es gibt von der Gewerkschaft hier eine Landesstreikleitung. Dann gibt es in den eigenen Krankenhäusern Streikleitungen, die von uns Betriebsräte besetzt sind. Und durch viel Zugang auf unsere Kolleginnen und Kollegen und viel Reden und Werbung machen, dass es heute kommen und eine Erklärung für uns kommen soll, ist das zustande gekommen. Und wir sind heute auch bereit, dass wir das Ganze organisieren. Und es hat ja schon eine Vorlaufzeit von sicher drei, vier Monaten gebraucht, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Ich habe ja schon gesagt, ein Krankenhaus kann man nicht bestreiken, hat man uns gesagt. Und wir haben uns tatsächlich umgeschaut, hat jemals ein Krankenhaus bestreikt, irgendwo in Europa? Und dann war man fündig, Krankenhaus in Berlin, Charité, wurde bestreikt. Eine unglaubliche Geschichte, eine Abteilung mit langzeit beatmeten Patienten wurde bestreikt. Die Kolleginnen und Kollegen in Charité, weil der natürlich Ruchstand so groß war, haben wir es geschafft, dass innerhalb drei Jahren die Gleichstellung mit Lohnen und Gehältern erfolgt ist im gesamten Spitalsbereich in der Berlin und der Umgebung. Doch warum wird gerade in einer für die Gesundheit der Menschen so wichtigen Branche eingespart? Wäre nicht genug Geld vorhanden, um die Bevölkerung mit einer guten Gesundheitsversorgung abzudecken und noch dazu die Beschäftigten gerecht zu entlohnen? Wie hoch, glaubt ihr, ist das private Finanzvermögen in Österreich? Und da rechne ich kein Betriebsvermögen mit und da rechne ich keine Immobilien mit, sondern nur Finanzvermögen, das private Finanzvermögen. Ich kann euch gleich sagen, es ist eine Zahl, wo sich keiner was weiß, was ich nicht mehr tun hat. Das sind ungefähr 1.400 Milliarden. Wenn man das dividiert, wenn man das private Finanzvermögen in Österreich durch die Staatsverschuldung dividiert, dann kommt eine Zahl aus, die kann man sich sehr gut merken und da kann sich auch jeder von uns was vorstellen. Das ist dann eine Zahl, die liegt zwischen 6 und 7. Das heißt, wenn wir unsere Staatsschulden zahlen, dann haben wir immer noch so viel Kohle. Wir haben so viel Kohle, das ist einfach ein Stöber. Und 1.400 Milliarden kann sich keiner was vorstellen, 200 Milliarden kann sich auch keiner was vorstellen. Ihr müsst es nur, merkt euch bitte, wir sind um 6 Mal reicher als verschuldet. Wir können uns alle Schulden 6 Mal zahlen. Bei einer weiteren Verhandlungsrunde am Tag nach dem Streik blieben die Arbeitgeber stur und beharrten auf ihrem Angebot einer Lohnerhöhung von maximal 20 Euro. Ich finde, die Arbeitgeber sollten uns entgegenkommen und vor allem der Landeshauptmann, dass der das einmal sieht, dass wir so wohlbereit sind, dass wir sie auch wehren und dass wir es uns nicht gefallen lassen. Und nicht, dass uns, so wie die Betriebsrätin gesagt hat, das nur mehr Öl ins Feuer gießen. Es ist die Linie klar vorgegeben. Wir sehen, so ist der Auftrag der Beschäftigten, nicht abzuschließen, keinen Kompromiss einzugehen, der bedeuten würde, unter der Inflationsrate abzuschließen. Und es ist auf jeden Fall fix damit zu rechnen. Sollte es morgen keine Einigung geben, dann werden die nächsten Maßnahmen in Obse vor der Zeit noch einen deutlich größeren Umfang haben als das, was wir heute praktiziert haben. Wir hoffen natürlich schon noch auf ein Einlenken der Politik. Letzten Endes ist es ja so, wer das Geld hat, hat das Sagen. In diesem Fall ist es das Land Oberösterreich, dass einfach das Personalbudget nicht aufgeschnürt wird und weiterhin behauptet wird, es ist kein Geld da. Wenn sich hier nichts tut, dann wird es zu weiteren Abesniederlegungen kommen, die dann durchaus einen ganzen Tag oder auch zwei ganze Tage betragen können. Wir können nur für unsere Häuser sagen, oder ich für unser Haus, wir sind kampfbereit. Das haben wir jetzt gesehen. Die Leute tun mit und wir werden unter der Inflationsrate nicht abschließen. Also das ist unsere Mindestforderung. Falls das nicht erfüllt wird, haben wir sehr kreative Köpfe in unserer Reihe und dann wird man einfach weitere Maßnahmen setzen, wo man die Daumenschrauben sehr wohl anziehen kann. Ich muss euch auch sagen, Volksaufstand und Flächenbrand, das gefällt mir gut. Unsere Leute, die Postler, sind nämlich auch schon heiß. Und was kann ich sagen, da sind wir garantiert dabei. Weil das, was mit euch aufführen da, das ist so eine bodenlose Sauerei, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich muss euch sagen, in meinen Augen seid ihr eh alle viel zu bescheiden. Was wollt ihr haben? Das, was euch ja sowieso zusteht. Jetzt redet ihr nur von Inflationsausgleich. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist zu wenig. Die sollen euch anständig bezahlen. Euch eine Brötchengeber, wollen für euch eine Spitzenleistung. Aber nicht nur euch eine Arbeitgeber, das wollen wir ja alle. Das ist ja eh ganz klar. Die Spitzenleistung kriegen wir auch. Und da sollen sie halt einmal auch Geld in die Hand nehmen dafür und sollen euch zahlen, genauso wie es euch zusteht. Und auch, bleibt standhaft, bleibt hart, lasst euch ja nichts gefallen. Mit denen spekulieren sie ja. Die meinen, man kann die Leute auseinander dividieren, eine Solidarität, ein Zusammenhalten, das gibt es ja sowieso nicht mehr. Es regiert nur mehr das Geld. Aber ich sage euch eins, Freunde, ihr seht es, wir sind alle da. Wir stehen zu euch, wir werden euch unterstützen. Wie gesagt, bleibt hart, wir schaffen das miteinander. Und gebt es ja nicht nach. Danke. Vielen Dank.